Ganz schön nass sieht es aktuell auf der Wetterkarte aus und das sind nur die Tage bis Ende Oktober, bis zum 31. Oktober. Und besonders nass könnte es hier im Südwesten von Deutschland werden. Bis kommenden Dienstagabend erwarten wir zum Beispiel im Saarland um die 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Das heißt natürlich auch, die Pegel von Bächen und kleinen Flüssen werden in dieser Region merklich ansteigen. Und das nasse Wetter wird aber darüber hinaus noch anhalten, wahrscheinlich bis weit in den November hinein. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Die Westwetterlage hat Deutschland wieder voll im Griff. Der Jetstream liegt genau über Deutschland drüber, das Starkwindband. Und da wandert ein Tief nach dem anderen an uns vorbei, bringt viel Wind zum Teil, aber eben auch jede Menge Regen mindestens bis Ende Oktober, aber wie gesagt wahrscheinlich auch bis weit in den November hinein. Und ein Wintereinbruch ist da weit und breit erstmal überhaupt nicht zu erwarten. Das sind die Regensummen seit gestern Morgen 8 Uhr bis heute Morgen. Hessen ganz vorne mit dabei, fast 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch hier Rheinland-Pfalz-Trippstadt 32,6 Liter Regen pro Quadratmeter. Michelstadt 26,7 Liter Regen pro Quadratmeter. Und Homburg an der Saar 25,1 Liter Regen pro Quadratmeter. Und da kommt heute noch einiges nach. Heute Mittag kommen neue Regenwolken herangezogen. Und wir sehen hier die Regensummen bis zum Montagabend erstmal. Und erneut werden hier im Südwesten knapp 100 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Zumindest auch hier nach der Prognose vom deutschen Wettermodell Richtung Saarland, Rheinland-Pfalz wird es richtig nass werden. Auch teilweise hier im Westen von Baden-Württemberg. Und das Ganze zieht sich rein bis nach Hessen. Nördlich und östlich davon kommt auch was runter, aber eben nicht ganz so heftig. Wir schauen auf die Ensemble-Prognose für Saarbrücken. Und da sticht natürlich der Regen sofort ins Auge. Dauerniederschläge bis zum 10. November. Das riecht nach Hochwasser im Südwesten. Die Pegel werden auf jeden Fall ansteigen. Die Temperaturen, naja, die gehen wir ein bisschen rauf. Nächste Woche auf 15 Grad. Dann wieder runter auf Werte um 10 Grad. Nach hinten raus um 8, 9 Grad. Völlig normales Wetter dann von den Temperaturen her für Anfang November. Aber eben weit und breit kein Wintereinbruch in Sicht. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Donnerstag. Ein Tief liegt genau hier über Deutschland. Das heißt, es geht heute ziemlich nass weiter. Aus Südwesten ziehen neue Regenwolken heran. Ansonsten auch viele Wolken. Später auch im Osten zum Abend hin neue Regenwolken. Und die Temperaturen, naja, die bleiben relativ konstant. 10 bis 15 Grad. Zeitweise ist es ziemlich windig in den höheren Lagen und auch an der Küste zum Teil stürmisch. Die kommende Nacht dann, ja, meist stark bewirkt. Bis mit Deck immer wieder neuer Regen aus Westen. Und die Temperaturen gehen so auf 9 bis 7 Grad zurück. Wir blicken auf den Freitag. Ja, der bringt auch keine neuen Erkenntnisse. Es bleibt alles beim Alten. 9 bis maximal 14 Grad. Viele Wolken im Tagesverlauf. Wieder aus Westen neue Regenwolken. Teilweise Regenschauer. Es bleibt wechselhaft und windig. Und genauso geht es auch am Samstag und am Sonntag weiter. Hier zunächst der Samstag. Ähnliche Temperaturen. 9 bis 15 Grad. Viele Regenwolken. Ziemlich nass das Wochenende. Und auch der Sonntag ist durch Wachsen. Sehr grau. Stark bewölkt. Bisbedeckt aus Westen. Neuer Regen. Aber immerhin, der Regen wird ein bisschen wärmer werden nach Süden. 16 bis 17 Grad. Teilweise 18 Grad sind da möglich. Im Norden und Osten meist so um die 13 bis 15 Grad. Insgesamt hat es die Sonne relativ schwer. Und das bleibt auch erst mal nächste Woche so. Am Montag immerhin ein bisschen mehr trockenes Wetter. Mehr Sonnenschein nach Osten. Aber zum Abend hin aus Südwesten neuer Regen. Die Temperaturen relativ ähnlich wie zuvor. 13 bis maximal 17 Grad. Und der letzte Oktobertag, der Reformationstag oder auch bei einigen Halloween genannt. Da ist es wieder wechselhaft. Viele Wolken. Grau in Grau. Temperaturen um die 9 bis 15 Grad. Und im Tagesverlauf fällt besonders im Norden und auch in der Landesmitte und im Osten später immer wieder Regen. Allerheiligen. Typisches Allerheiligen Wetter muss man wirklich sagen. Grau in Grau. Auch da viele Regenwolken. Die Temperaturen ändern sich fast überhaupt nicht. 12 bis 15 Grad werden da erwartet. Und der Wind weht weiterhin sehr frisch bis stark aus westlichen Richtungen. Teilweise auch mal südwestlichen, südlichen Richtungen. Donnerstag, Freitag, Samstag. Die ersten Tage im November dann. Da ändert sich relativ wenig. Das wechselhafte Wetter bleibt erhalten. Donnerstag nächste Woche 8 bis 14 Grad. Freitag 9 bis 14 Grad. Und Samstag nächste Woche viele Wolken. Regenschauer bei 7 bis 12 Grad. Hier noch die Regensummen bis Anfang November. Ganz frisch eingetrudelt vom deutschen Wettermodell, nein vom amerikanischen Wettermodell. Heute Morgen bis nächste Woche Freitag berechnet. Ja und wir sehen, es bleibt dabei 100 bis 120 Liter Regen pro Quadratmeter. Hier im Südwesten, aber auch in der Landesmitte zum Teil richtig nass. Bis zu 90, 95 Liter Regen pro Quadratmeter. Etwas weniger hier Richtung Brandenburg und Sachsen. Hier maximal so 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch sonst im Norden relativ feucht. 60 bis 70 an der Küste bis zu 80 oder 90 Liter Regen pro Quadratmeter. Bis nächste Woche Freitag bis zum 3. November. Ein Blick auf die Ensemble Prognose zum Schluss. Und da sieht man eigentlich, herausstechend ist der Niederschlag hier. Immer wieder Regenfälle bis zum 10. November. Eine längere, trockene, schöne Wetterphase ist da nicht zu erwarten. Temperaturen so 10 bis 15 Grad Anfang November. Meist nur so um die 10 Grad. Ist aber auch völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Auch im Westen relativ konstant nass das Ganze. Und zwar bis zum 10. November. Wir sehen es hier immer wieder kräftige Regensignale. Temperaturen 10 bis 15 Grad ab November um die 10 Grad. Auch hier sehen wir frühwinterliches Wetter. Ist nicht zu erwarten bis zum 10. November. Da tut sich eigentlich beim Wetter relativ wenig. Die Westwetterlage ist und bleibt eingefahren in den kommenden 7 bis 10, vielleicht sogar 14 Tagen. Relativ ähnlich das Ganze im Osten des Landes. Es wird noch mal wärmer zum Monatswechsel. 17, 18 Grad. Auch hier, wie gesagt, der Regen wird wärmer. Es bleibt nämlich wechselhaft. Danach ein klein wenig kühler Temperaturen Richtung 10er November. So um die 10 Grad maximal im Osten. Und wir blicken nach Süddeutschland. Auch hier eine ähnliche Wetterentwicklung. Die Temperaturen meist konstant, so 10 bis 15 Grad. Zum Monatswechsel ein klein wenig wärmer. 16, 17 Grad sind da möglich. Und dann gehen die Werte so auf 8 bis 10 Grad zurück Anfang November. Aber auch hier sehen wir, es sind immer wieder sehr kräftige Regensignale mit dabei. Besonders hier zum Monatswechsel. Und Anfang November ist es sehr, sehr nass. Immer wieder kräftiger Regen. Das Hochwasserpotenzial bleibt im Süden, im Westen und vor allem im Südwesten sehr hoch. Und auch die Landesmitte bleibt durchwachsen bis zum 10. November. Temperaturen 10 bis 15 Grad. Nächste Woche zum Monatswechsel auch mal 16 oder 17 Grad. Danach ein klein wenig kühler, aber mit 10 Grad immer noch normale Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit. Und auch in der Mitte gilt, ab und zu gibt es Regen oder Regenschauer. Also auch hier geht das wechselhafte Wetter weiter. Die Westwetterlage, wie gesagt, sie kann sich wahrscheinlich längere Zeit halten. Und vielleicht sogar bis weit in den November hinein. Das ist die neueste Prognose für den November 2023. Und wir sehen, es wird fast europaweit mit einem zu warmen November gerechnet. 1 bis 2 Grad über dem neuen Klimamittel soll der November bei uns in Deutschland ausfallen. Eine ähnliche Berechnung hatte es ja im Vorfeld auch für den Oktober gegeben vom NOAA und vom CFS-Modell. Da müssen wir heute festhalten, das hat gut gepasst. Bisher ist der Oktober rund 2,2, 2,3 Grad wärmer. Die Prognose ging von 1,5 bis 2 Grad zu warm aus. Mal gucken, ob wir am Ende die 2,0 Grad Abweichung genau erreichen werden. Aber auch für November sieht es momentan relativ mild aus. Zumindest nach dem aktuellen Stand der CFS-Prognose vom Climate Forecast System. Ja, windige und nasse Tage bleiben bei uns in Deutschland erhalten. Eine stabile Herbstwetterlage mit viel Sonnenschein ist bis auf Weiteres weit und breit nicht in Sicht. Das war es vom Wetter. Einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.